Ein Balkonkraftwerk besteht meist aus einem oder zwei Solarpanelen, die per Kabel mit einem Wechselrichter verbunden sind, der die Energie in eine Steckdose einspeist. Ja, richtig gehört. Man kann Strom auch in Steckdosen einspeisen. Die meisten Wohnungen sind stromversorgungstechnisch in drei Teile aufgeteilt. Man nennt die Teile Phasen und jede Phase geht durch den Stromzähler. Das Balkonkraftwerk ist an einer solchen Phase angeschlossen. Der eingespeiste Strom nimmt immer den kürzesten Weg. Das heißt, wenn in der Phase, an dem das Balkonkraftwerk hängt, irgendwelche Verbraucher den Strom verbrauchen, dann fließt der generierte Strom dadurch und am Zähler kommt weniger an. Hinter dem Zähler ist es egal, wohin der Strom fließt, weil die allermeisten Zähler die Ströme der einzelnen Phasen unterm Strich zusammenrechnen. In diesem Beispiel rechnet der Stromzähler 200 Watt Verbrauch ab. Ohne Balkonkraftwerk wären es 550. Wenn mehr eingespeist wird als verbraucht, zählen alte Zähler sogar zurück. Beim Anmelden des Balkonkraftwerkes beim Marktstammdatenregister wird sich der Stromversorger in so einem Fall melden und den Zähler austauschen. Wenn man einen Balkon hat, auf den im Sommer die meiste Zeit des Tages kein Schatten fällt, lohnt es sich schon mal. Wenn man tagsüber nicht zu Hause ist und den Strom damit nicht selbst verbraucht, lohnt sich ein kleineres Balkonkraftwerk mit etwa 300 bis 400 Watt. Eher, weil der Anschaffungspreis meist niedriger ist.